Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog, wo ich heute bin. Joggenderweise erzähle ich nach dem Intro. Heute bin ich hier im Wald von Wiesbaden-Rambach. Auf dem Trimm-Dich-Pfad laufe ich so entlang. Normalerweise laufe ich mit Tanja, aber Tanja ist heute nicht verfügbar. Deswegen laufe ich heute alleine hier lang, mache so meine Runden und gucke, wie weit ich komme. Ich habe schon über 100 Sportvlogs gemacht. Laufend und so ein Käse, das habe ich alles schon erzählt. Und heute wieder Jogging. Jogging, Jogging, Fitness, Haltens angesagt. Gucken, wie weit ich komme und dann sehen wir weiter. Jetzt hat es gerade angefangen zu regnen, macht die Sache nicht angenehmer, aber es macht nichts, denn es geht ja weiter. Ich muss weiterlaufen. Ich bin jetzt schon 25 Minuten unterwegs und muss noch mal 25 Minuten mindestens machen. Und das halt im Regen dann. Ist halt so. Mein Gott, ich bin ja nicht aus Zucker. Weiter geht's. Nach gut 40 Minuten läuft alles super. Es regnet zwar ein bisschen, es regnet zwar ein bisschen, aber nicht so dolle. Und mein Körper hält mit. Ja, ich bin ja relativ fit momentan. Ist eigentlich ganz gut. Deswegen muss ich einfach nur Fitness halten. Aber man muss was machen. Wenn man nichts macht, rostet man wieder ein. Kacke ist das. Deswegen 40, 50 Minuten heute laufen. Also 40 Minuten habe ich schon. Jetzt noch mal 10 Minuten. Und dann habe ich es gleich. Alles super. Ich wende mich dann gleich, wenn ich am Auto bin. Und dann haben wir den heutigen Tag sportmäßig auch rumgekriegt. Hier im Wald. So, bin jetzt in ungefähr 50 Meter da hinten. Bin ich bei meinem Auto 55 Minuten gelaufen. Doch noch 5 Minuten mehr als geplant. Alles super. Knie hält. War ja auch getaped. Was weiß ich nicht, was das heißt. Aber in diesem Falle war es gut. Und nächstes Mal wieder hier an dieser Stelle Sportblog. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.